Am 15. Spieltag der Regionalliga Nord konnte der VfB Oldenburg trotz eines frühen Platzverweises die Partie in Norderstedt mit 0 zu 1 für sich entscheiden. Es ist natürlich kein normales Spiel, wenn man nach 10 Minuten schon in Unterzahl gerät. Man, ja, es ist schwer zu erklären. Man muss dann erst natürlich taktisch reagieren. Da haben wir ein bisschen umgestellt, ganz klar. Spieler haben dann auf Positionen gespielt, wo sie in dem Spiel eigentlich nicht hätten spielen sollen. Aber man wächst dann halt noch ein bisschen mehr zusammen. Man will dann unbedingt zeigen, dass das natürlich eine ungerechtfertigte rote Karte war. Ja, und man hat dann auch für den gesperrten Spieler ein bisschen mitgespielt und ist noch mehr gelaufen, hat noch mehr investiert. Und so gewinnt man dann auch in Unterzahl so ein Spiel, auch wenn es 80 Minuten waren. Damit fuhren sich die Fußballer aus der Hundestadt den elften Sieg in der Saison ein. So gut sah es für den VfB Oldenburg schon lange nicht mehr aus. Bei 15 Spielen gab es nur eine Niederlage. Die Motivation von Trainer Dietmar Hirsch und seiner Mannschaft ist dementsprechend hoch. Man merkt das auch im Training. Die Intensität steigt und die Spieler sind sehr, sehr fokussiert. Und wir im Trainerteam, wir mahnen natürlich immer, dass man nicht irgendwie abhebt. Aber im Moment sind die Spieler charakterlich so stark, dass sie einfach dieses Selbstbewusstsein mit in die Spiele nehmen. Und ja, das ist eigentlich so das Erfolgsrezept. Man kann so einen Lauf eigentlich sportlich gar nicht so richtig erklären. Also das wächst von Woche zu Woche und wir genießen das einfach. Und nicht nur für die Mannschaft an sich, auch für den kompletten Verein des VfB kommt die Siegesserie wie gerufen. Für die Marke VfB Oldenburg ist der sportliche Erfolg gerade immens wichtig. Wir haben oder wir merken in den vielen Gesprächen, die wir führen mit der Wirtschaft, aber auch mit den Menschen, dass das Vertrauen in die Marke VfB wieder so langsam zurückkommt. Wir haben mit 2200 Zuschauern im Schnitt auch den besten Schnitt der Liga. Das ist für uns ein bisschen Rückendeckung für die weiteren Monate, denn wir müssen Strukturen angehen. Davon sprechen wir eben schon seit dem Anfang Juli, dass wir Strukturen angehen müssen, um uns für die Zukunft fit zu machen. Und da ist natürlich der sportliche Erfolg gerade Gold wert. Bei so viel Erfolg darf sicher auch geträumt werden. Ziel ist es natürlich, am Ende der Saison in die dritte Liga aufzusteigen. In diesem Zusammenhang steht die Frage nach einem möglichen Stadionumbau im Raum. Schauen wir mal. Wir sind da in Gesprächen. Mehr kann und will ich da im Moment auch nicht zu sagen. Wir sprechen mit der Stadt intensiv darüber, wie wir fortfahren, also für den Fall dritte Liga, für den Fall vierte Liga. Also da sind wir in Gesprächen und da warten wir erstmal die nächsten Wochen ab. Erst einmal heißt es für die Oldenburger, den Tabellenplatz zu verteidigen. Wenn man jetzt einmal da oben ist, dann will man das natürlich so lange wie möglich auch genießen und so lange wie möglich da oben bleiben. Aber andere Mannschaften, die jagen uns natürlich. Wenn man oben ist, ist man immer der Gejagte. Und besonders Wolfsburg, die natürlich mit aller Macht dann auch in die dritte Liga wollen, die auch wahrscheinlich qualitativ die beste Mannschaft haben, wollen uns natürlich da oben ablösen. Aber im Moment sind wir noch Erster und von daher sind wir gern die Gejagten. Als nächstes gilt es, den Hamburger SV 2 zu schlagen und mit einem Sieg den Vorsprung zum Tabellenzweiten VfL Wolfsburg gegebenenfalls auszubauen.